Willkommen bei den Rheinmann! Haben Sie es bemerkt? Der Pool ist fertig! Vier Wochen ist es her, dass wir das letzte Mal bei Deutschlands bekanntesten Auswandererinnen auf Hawaii zu Besuch waren. Und seitdem hat Conny einen ordentlichen Schlag reingehauen. Falls Sie nicht von Anfang an dabei waren, hier mal die Bauphase im Schnelldurchlauf. Das Ergebnis? Ein Pool der Superlative. In drei Monaten Bauzeit wurden 80 Kubikmeter Erde bewegt, 80 Fundamente mussten gebohrt und aufgestellt werden, 650 Latten wurden verlegt und allein dafür musste Conny 16 Mal zum Baumarkt fahren. 10.000 Schrauben halten das Ganze zusammen. Ein 12.000 Euro teurer Liebesbeweis für seine Manu. Da kann auch der König der Baumeister schon mal ein bisschen stolz sein. Na, ihr Fernsehfuzzis? Lass mich mal durch hier. Aloha! Er ist auch schon wieder da. Wollt ihr mal reinspringen? Wo ist denn eure Badehose? Habt ihr euch auch gewaschen? Weil ungewaschen kommt ihr nicht rein. Ja, wie man sieht, hat sich einiges getan hier in den letzten Wochen. Ja, das war so eins meiner größten Projekte. Man sieht ja auch, wie lang das ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. 13 oder 14 Meter. Ah ja. Also hier kann man auch Fußball spielen, ne? Man könnte darauf auch Auto fahren, denn die Fundamente für die Terrasse sind tief in der Erde verankert. Wenn Conny was macht, dann richtig. Ja, da wir ja nicht einfach nur eine Terrasse machen, sondern eben halt den Pool umrunden mit Terrassen, muss ich natürlich ordentlich viel Fundamente machen. Ich mache also sogenannte Punktfundamente. Das heißt, ich buddle ein Loch, mache das ungefähr 60 Zentimeter tief, 30, 40 Zentimeter breit. Da kommt dann der Pfeiler rein und Beton rein. Und wenn ich dann alle Pfeiler gesetzt habe für eine Terrasse, dann gehe ich dann mit der Wasserwaage oder mit dem Laser rum, sichte die alle ab und dann kommen die Brenner dran. Das wird ein riesiges Deck. Tja, das hört sich immer so leicht an. Aber es war eine echte Plackerei. Selbst für den Handwerkerkönig. Du bist ja schon fast am Ende angekommen. Haben die Bretter gereicht? Ich habe ja noch ein paar Bretter da hinten liegen, aber ich glaube so drei, vier muss ich bestimmt nochmal nachholen. Also für sich habe ich jeden Tag mich auf die Arbeit gefreut. Bis auf einen Tag. Da hat er laut Schein gerufen. Ich habe mal wieder Glück und Unglück gehabt. Wir hatten ja beim Baggern schon mal das Güllerohr getroffen, beziehungsweise das alte Güllerohr. Ja, ich weiß, dass hier zwei Rohre lang laufen. Irgendwas ist da. Doch, das ist Gülle. Mist. Und jetzt habe ich das Neue getroffen. Allerdings, das ist ja, ich weiß gar nicht was jetzt, so ein Plastik. Also kein weißes, dieses schwarze Ruhr. Und ich bin mit dem Bohrer gar nicht reingekommen, sondern und dann habe ich geguckt. Ah, das geht jetzt zu unserer Klärgrube. Aber alles gut, habe ich nichts kaputt gemacht, habe wieder Glück gehabt. Aber solche Zwischenfälle nehmen Conny nicht den Spaß an der Arbeit. Sag mal, du machst Fundamente, machst du zehn Fundamente. So, nächsten Tag kannst du die Bretter schon davor machen. Jeden Tag hast du irgendwas Neues gemacht. Und dann kommt die nächste Reihe und dann die nächste Reihe. Ich weiß nicht, irgendwann zähle ich das mal. Aber ich glaube, das sind ungefähr, schätze ich mal, 70, 80 Fundamente, die ich hier gebuddelt habe und mit Beton reingekippt habe. Ich bin auch immer zum Baum, immer neu mit Beton. Weil ich wollte ja jetzt nicht so viel Beton hier hinschleppen. Wir sind in Hawaii, das ist immer ein bisschen feucht. Wenn du jetzt Beton irgendwo hinstellst, nach drei oder vier Wochen hast du dann einen Stein. Also kann ich immer nur so viel holen, wie viel zum Verarbeiten braucht. Drei Monate Plackerei. Und ganz fertig bist du es immer noch nicht. Hier werden wir dann nochmal, so wie da drüben, drei Palm pflanzen. Hier so. Hier habe ich jetzt die Treppe runter. Da kommt das Poolhaus hin. Man kann das vielleicht so erahnen. Das geht so um die Ecke so ein bisschen. Dann ist das versteckt. Und hier hinten, hier kommt eine neue Außendusche hin. Ein paar Kleinigkeiten fehlen also noch. Und erst jetzt wird Manu richtig bewusst, was Conny für sie da gebaut hat. Ja, das Ding ist halt auch am Anfang, das hier alles war bereits in Connys Kopf. Aber ich wusste halt nicht, wie sieht es dann im Endeffekt aus. Ich versuche das manchmal, Manu zu erklären, wie ich mir das vorhabe. Aber ich weiß es nicht. Da ist es einfach so, dass das, ich will nicht sagen, das technische Verständnis fehlt ein bisschen, aber es ist eben halt ein bisschen abstrakt. Ich erkläre das mal alles, weil ich kann es ja erklären, weil ich es im Kopf habe. Aber für den einen oder anderen ist das natürlich dann für den Außenstehenden völlig dann, was macht er denn jetzt wieder? Aber als ich jetzt die erste Terrasse fertig hatte, da konnte sie so ahnen, wie das dann irgendwann aussieht. Jetzt sehe ich es. Jetzt finde ich es natürlich auch richtig schön. Und jetzt wird natürlich noch drangebaut und jetzt entstehen halt auch die weiteren Ideen. Die Außendusche ist jetzt entstanden, das Poolhaus kommt da jetzt, hat jetzt seinen Platz praktisch, wo es hinkommt. Diese Treppe hat die große da vorne, die hat Conny auch noch nie so gebaut, so um die Ecke. Die Treppe zum Garten ist Connys ganzer Stolz. Sie hat den Baumeister in ihm richtig gefällt. Das ist ja eine Aktion, ne? Ich habe da schon viele Treppen gebaut, aber so was, das ist unglaublich. Ich habe ja so viele verschiedene Winkel hier. Ich habe auch eine ganz gute Säge, aber ich muss jedes einzelne Brett anders sehen. Allein eine Woche hat Conny nur an dieser Treppe gearbeitet. Für Leute, die nicht um die Ecke denken können, ist das nichts. Es ist nicht schön, wenn das alles passt. Was bei großen Pools oft unterschätzt wird, ist die Reinigung. Auf Hawaii hat man gerne dafür einen Poolboy. Der, der Reimanns, heißt Rosé. Wo ist Rosé? Der soll doch eigentlich arbeiten. Das ist Rosé. Den kann ich dann reinstecken und dann kommt er ins Wasser und dann rödelt er rum. Ich kann euch mal zeigen, wie das geht. Ich bin der weibliche Rosé. Ich mache das damit. Ich hole dann immer so die Blätter und die Tiere raus und das ist der Poolboy. Der sexy Poolboy. Das ist so ein Sauger. Der zieht sich das Kabel dann automatisch rein. Dann mache ich den an. Und in einer Stunde hat er alles sauber. Ja, das ist unser erster Angestellter. Ja, den brauchen wir nicht bezahlen. Der frisst nur Strom. Also wie ihr seht, das ist jetzt so in den letzten Wochen passiert. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Ich denke mir mal also sechs, sieben, acht Wochen brauche ich noch. Was? So lange? Na ja, muss ja auch noch ein Geländer rum. Na ja, ist mir ja eigentlich egal. Solange ich da drin rumschwimmen kann, ist mir sehr egal, was um mich rum passiert. Du gehst doch da hinten, wenn du da in den Dschungel fällst, da gehst du doch verschütt. Wieso soll ich da hinfallen? Ich bin doch hier drin. Ja, aber was soll ich denn da hinten? Ich bin doch hier im Wasser. Ich kenne dich. Irgendwann höre ich dich schreien. Oh, guck mal. Jetzt kommt er. Fein machst du das. Fein. Feini, feini, feini. Was macht er, wenn er in die Ecke kommt? Ja, er geht um die Ecke. Hat es sich gelohnt bis jetzt? Oh mein Engelchen. Wenn ich den Pool nicht haben wollte, hätte ich den nicht gebaut. Na ja, ich meine, es hat ja sechs Jahre gedauert, bis er angekommen ist. Aber jetzt, wir sagen das jedes Mal. Wir springen jeden Tag rein, mehrmals am Tag. Und wir sagen jedes Mal, wie wir wohl leben konnten vor dem Pool. Was haben wir eigentlich ohne Pool gemacht? Ja. Also zum Pool, das ist schon was Schönes. Der Pool war schon lange ein Herzenswunsch von Manu. Aber welche Frau kann sich schon von ihrem Mann wünschen, dass er ihr einen eigenen Pool baut? Manu weiß genau, was sie an ihrem Conny hat. Für mich ist das so selbstverständlich. Ich kann mich manchmal gar nicht so in andere Leute reinversetzen, die dann erstmal einen Handwerker anrufen müssen, weil der Mann das nicht selber machen kann.